Willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Humor. Die Lage ist ernst, wir werden angegriffen. Boah, ich muss so viele retten wie möglich. Ich muss so viele retten wie möglich. Komm schon, ich darf hier nichts versauen, Freunde. Gar nichts. Alles klar, Bruder. No! No! Okay, Konzentration. Komm schon, komm schon. Was? Alter, du tackerst hier wie blöd. Jetzt verrecken hier meine Leute. Dieser Bewegungssensor, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Okay, ich habe Simon gerettet. Yo, 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 yo. Yo, yo. Sehr gut, Markus, sehr gut. Josh am Leben, North am Leben, Simon am Leben, alles klar. Ich habe die Lage im Griff. Ich habe die Lage im Griff. Mehr oder weniger. Also, eigentlich habe ich sie gar nicht im Griff, okay? Ich habe sie gar nicht im Griff. Was haben wir hier? Singen, Opfern, Küssen. Ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Menschlichkeit. Ich küsse sie. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, bin ich wenigstens dabei gestorben, eine schöne Frau zu küssen. Eine schöne Androidenfrau. Komm schon. Keiner kann die doch jetzt hier erschießen. Das kann doch niemand wollen. Sie sollen nicht schießen. Na, Gott sei Dank, verdammt. Ja, Gott sei Dank. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Ich hab Gänsehaut, Freunde. Ich hab wirklich Gänsehaut. Connor. Er hat's geschafft. Markus. Wahnsinn. Und die Lager der Androiden. Wir haben's geschafft, Markus. Wir haben's geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Gänsehaut. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Und die meisten hab ich gerettet. Wir sind frei. Du sollst zu ihnen sprechen, Markus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Oh nein, was ist los? Connor? Amanda. Oh no. Oh no. Oh no. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können sie nicht tun. Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Diese miese Schlampe. Diese miese, miese Schlampe. Es muss einen Ausweg geben. Okay, Moment, Moment, Moment. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, ich habe hier keine Orientierung. Übrigens. Es gibt immer einen Notausgang in deinem Programm. Was ist jetzt los? Nein, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das der Notausgang? Tja, Freunde, der Notausgang, meine Damen und Herren. Ich bin zurück im Game, Freunde. Ich bin zurück im Game. So, jetzt wartet mal. Ich muss einen Ausweg finden. Da ist eh nur Eis und Schnee. Ich muss die Brücke sehen. Hier drüben. Yes. Es gibt immer einen Notausgang in deinem Programm. Sehr gut. Man kann ihn wissen. Man kann ihn wissen, deswegen suchen wir den jetzt. So, hier ist die Brücke und ich denke mal, wir suchen diesen Stein. So, warte mal, hier ist diese Brücke. Oh, und ich habe den Stein. Brücke und Stein. Jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Alter, das ist ja richtig JFK hier, oder? Kenny-Attentat. Kenny-Attentat? Was rede ich da? Kennedy. Das Kenny-Attentat. In South Park. Ja, wir kennen es. Wir erkennt es nicht. Präsidentenmord hier in Detroit. Become Human. Leute, ich schwitze. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich bin mit den Nerven wirklich am Ende. Ich will jetzt nichts versauen, Alter. Komm schon, komm schon, Connor. Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker. Und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir haben es geschafft. Alle leben. Alle sind gerettet. Alle sind glücklich. Joa, ich würde sagen, das war das perfekte Ende, oder? Das war das perfekte Happy End. Kann man Besseres hinkriegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Das war Detroit Become Human. Mega fett, Alter. Mega, mega fett. Richtig geil. Richtig emotional. Geile Grafik. Gut synchronisiert. Gute Gefühle. Gute Atmosphäre. Hat einfach nur Bock gemacht, das Spiel. Hat einfach nur Bock gemacht. Wollt ihr noch ein Durchgang? Soll ich mal so richtig wie ein Arschloch spülen? Also so richtig, dass die Androiden absolut aggressiv sind und die Menschen als Feind sehen? Richtige Angriffshaltung. Und schreibt es in die Kommentare. Ihr entscheidet das. Bewertet. Haut Bewertungen raus. Kloppt die Likes raus. Und dann kommt Detroit Become Evil. Oder Detroit Become Android. Genau, so nenne ich dann die Serie. Detroit Become Android. Die knallharte, brutale Revolte der Androiden. Wenn ihr das wollt, droppt die Likes, droppt die Kommentare. Und dann können wir sowas machen. Wir können sowas herbeizaubern. Das ist drin, Freunde. Das ist auf jeden Fall drin. Mega, mega gut. Also wir können auch so richtig schön Gangster spielen. Dem da würden wir dann auf die Fresse geben. Den Supermarkt, den würden wir ausrauben. Im Grunde wäre es ein komplett anderes Spiel. Aber wie gesagt, ich ziehe das nur durch als Aufnahme, wenn der Support da ist. Also eure Unterstützung ist mir da schon wichtig. Wenn die Leute halt sagen, nee, ich spiele ein anderes Spiel, ist auch kein Thema. скаж ich, außer außerhalb. Dieistung. tun. feathers η E-Warts erst mal Hallo! necessarily! So, ich glaube, das war's. Da kommt jetzt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, wir hatten wirklich das beste Ende, das man haben kann. Ich weiß es nicht. Ich kenne nicht die ganzen Enden. Aber wir können es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das hier wirklich das Beste ist. Also ich bin zufrieden. Auch wenn die Leute sich übelst aufgeregt haben, wir voll auf den Sack gegangen sind mit diesem Ganzen. Bring Leute um, spiel mal wie ein Asozialer. Oh, das ist nicht schön, die beiden. Das sind echte Freunde jetzt. Wow. Hank und Connor umarmen sich. Dass ich das noch erleben darf. Aber finde ich gut. Finde ich gut. So, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch den Badass-Mother-Effer-Durchgang sehen wollt. Also ich werde da nicht irgendwie dumm, böse Spielen immer nur Negativentscheidungen treffen, sondern ich werde die Androiden auf einen kriegerischen Pfad führen. Dass sie wirklich sagen, hey, wir sind überlegen. Scheiß auf die Menschheit. Scheiß auf die Menschheit. So eine Runde halt. Wir haben ein gutes Ende hingelegt. Ein richtig gutes Ende, finde ich. Androiden haben die Freiheit gewonnen. Na also. Na also. Ja, wir sehen uns vielleicht wieder in Detroit Become Android. In der nächsten Folge. Mal gucken. Liegt an euch. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Aber klar, Süße. Ich meine, du bist ein Engel. Du bist zwar die Bereicherung in meinem Leben, aber hey. Wie sagt man so schön? Wenn du es liebst, dann lass es gehen. Mein kleiner Vogel. Sei frei. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Ich erinnere dich dran. Ich erinnere dich dran. Na? Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich kann das Spiel nie wieder spielen. Ich kann es nie, nie wieder spielen. Aber jetzt. Tschüss. Verdammt. Noch eins. Ich brauche eine neue Chloe. Höhe. Bis zum nächsten Mal. rii. Untertitelung des ZDF, 2020